Hallo ihr Lieben! Heute melde ich mich mal ohne Bild. Das ist auch besser so. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich bin total erkältet. Ich wollte euch jetzt trotzdem mal ein Tutorial aufnehmen und zwar habe ich mir vor kurzem die Software Sensarea oder Sensarea oder wie es auch immer ausgesprochen wird, dieses hier mit dem Pfötchen heruntergeladen aus dem Internet, weil das eine Freeware ist, mit der man Bereiche in Filmen verpixeln kann. Verpixeln in Videos ist immer mal wieder gebraucht, wenn man z.B. fremde Personen hat, die durchs Bild laufen oder wenn man fremde Autokennzeichen sieht. Sensarea gibt es als Download wieder bei Chip. Könnt ihr einfach Sensarea bei Google eingeben. Hier könnt ihr dann euch schon mal durchlesen, was das Programm alles kann. Es hat eine ganz große Effektpalette. Ich habe es jetzt nur runtergeladen, weil ich das für das verpixeln brauchte. Es ist halt kostenlos. Einziger Nachteil ist, dass das nur im AVI-Format die Videos auswirft. Das heißt, ihr müsstet dann, wenn ihr es in einem anderen Format braucht, es über einen Converter danach nochmal umwandeln. Da habe ich ja schon mal ein Video eingestellt, wie der Online-Converter z.B. funktioniert und wo man den findet von 123 Apps. Das geht also damit ganz einfach. War für mich jetzt also kein Grund, das Programm nicht zu nehmen. Okay, wenn ihr es euch runtergeladen habt, einfach hier über den Download-Link. Aufpassen natürlich wie immer bei den Downloads. Der versucht dann immer noch andere Programme mit zu installieren. Da müsst ihr überall Nein, Nein, Nein sagen und dann nur für Sensarea dann den Download machen und dann habt ihr auch nur das und keine unerwünschten und nicht gebrauchten anderen Programme. So, und wenn ihr es downgeloadet habt, dann habt ihr auch hier so ein schönes Pfötchen auf eurem Desktop. Da dann einfach mit normalen Linksklick draufklicken und dann öffnet sich hier Sensarea. Ich mache es mal groß. Blöd ist, dass man es nicht in andere Sprachen einstellen kann. Ist natürlich jetzt nicht so leicht selbsterklärend. Ich hatte mir dazu dann ein englisches Tutorial durchgelesen, um zu wissen, wie es funktioniert. Ich mache das Ganze jetzt mal mit einem Video von mir als Beispiel, wo ich euch zeige, wie man hier mit einem Gesicht verpixeln kann. Um das Video, das ihr bearbeiten wollt, zu öffnen, geht ihr auf File, Open Video und sucht dann eben auf eurer Festplatte das Video, was ihr bearbeiten wollt und öffnet es. So, das ist jetzt ein Video, da habe ich mal mit meinen Kindern ein Unboxing gemacht von so einer Snackbox und das sind die Outtakes davon. Ja, dauert anscheinend etwas, bis er das hier lädt. Ah ja, da ist es. Ich versuche jetzt mal einfach, dass ich das Gesicht meines Sohnes verpixel. Wie geht das jetzt? Um ein Gesicht zu verpixeln oder ein Kennzeichen, müsst ihr erstmal den Bereich markieren, den ihr verpixeln wollt. In dem Fall wäre das jetzt hier das Gesicht. Dazu geht ihr erstmal auf Effekte und sagt, was ihr machen wollt. Ich mache jetzt nur mal das Verpixeln. Das ist Pixelize hier. Hier kann man noch die Größe der Pixel ändern. Je kleiner die ist, desto feiner ist natürlich die Verpixelung dann. So, und dann müsst ihr einfach nur mit der Maus den Bereich markieren, den ihr verpixeln wollt, indem ihr einfach da drumherum geht mit der Maus. Festhalten die Maustaste, die linke, während ihr das macht. Und dann loslassen. Ja, die Pixel sind mir jetzt zu klein. Kann man dann hier doch noch ein bisschen größer machen, dann wird es immer unkenntlicher. Damit das jetzt aber nicht nur bei diesem Bild ist, sondern sich durch den ganzen Film zieht, müsst ihr hier auf Tools gehen und geht dann hier auf diese Doppelfötchen Track. Ihr seht, jetzt ist der Bereich hier das Gesicht rot gekennzeichnet. Das wird später wieder verpixelt. Er hat jetzt hier gezeigt, was er jetzt tracken wird im weiteren Video. Dann geht ihr einfach hier auf Track und dann fängt er an. Und arbeitet sich jetzt Bild für Bild durch das Video. Ihr seht es hier oben. Jeder einzelne Balken steht für ein Bild im Video. Und ihr seht, er verfolgt das Gesicht weiter. Und irgendwann, wenn dieses Gesicht nicht mehr zu sehen ist, wird er aufhören. So, das macht er jetzt von alleine. Da brauche ich jetzt gar nichts machen, außer warten, bis irgendwann ein Frame kommt, wo eben das Gesicht nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so ein Video hättet, sondern habt ein Video, wo ihr in einer Menschenmenge irgendjemanden habt, den ihr unkenntlich machen wollt, dann würde er dann halt so lange arbeiten, bis diese Person nicht mehr im Bild ist. Funktioniert eigentlich ganz gut. Es sei denn, man hat die Kamera zu oft bewegt, zu viel hin- und hergeschwenkt. Dann kann es passieren, dass er das Objekt verliert, wenn das zu sehr springt. So, jetzt sieht man hier, dass er zum Beispiel hier das Auge jetzt plötzlich nicht mehr dabei hat. Stop-Tracking müsste ich jetzt hier erstmal wieder an den Punkt zurückgehen, wo er das Auge plötzlich offengelegt hat. Das ist ab hier. So, jetzt müsste ich hier nochmal nachzeichnen, dass er das auch weiterhin verpixeln soll. Und ab hier dann wieder neu tracken. Dann überschreibt er den Fehler, den er vorher gemacht hat. Also da so ein bisschen aufpassen, ob das immer noch so ist, wie es sein soll. Und wenn nicht, dann drückt ihr hier ganz schnell bei Track auf den roten Button, wenn er da das nicht mehr so gekennzeichnet hat, wie ihr das wollt. Und dann könnt ihr an den Punkt zurückspringen, wo er halt die Verpixelung verloren hat und könnt es neu nachjustieren. Also ich finde es echt ein super Tool. So, jetzt hat er das Gesicht gewendet. Seht ihr, aber er hat trotzdem die Verpixelung nicht verloren. Ich bleibe trotzdem hier auf meinem Stop-Button stehen, falls er sie doch verlieren sollte. Jetzt dreht er das Gesicht wieder. Mal gucken, was er jetzt macht. Ja, jetzt ist sie nicht mehr vollständig. Also in dem Fall würde ich jetzt wieder zurückhüpfen und wieder nachjustieren. Und dann einfach mit der Maus dann gedrückt halten, die Maustaste und mit dem Cursor nochmal drüber malen. So, dann geht ihr wieder auf Track und er überschreibt die alten, falsch geschriebenen und macht hier wieder neu. Ich werde das jetzt gleich unterbrechen. Und zwar jetzt. Damit ihr dann hinterher seht, wie es aussieht. Wenn ich hier an den Anfang jetzt wieder springe, mal gucken, wie das Video dann jetzt aussieht. Ich habe das jetzt ohne Ton gemacht, weil ihr wollt mich ja hören und nicht das Video. Wenn ihr das Video sehen wollt, könnt ihr es euch gerne bei mir im Kanal angucken, freue ich mich natürlich. Also hier arbeitet er, ist das Bearbeitungsfeld und wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, müsst ihr wieder auf Effekte gehen. Ab da, wo wir das gemacht haben, guckt ihr jetzt, seht ihr jetzt, da ist es verpixelt ab jetzt. Und wenn ihr dann fertig seid mit eurem Video und genug verpixelt habt, dann geht ihr auf File. Wenn ihr das als Projekt in Sensoria speichern wollt, wollt ihr vielleicht dann später noch nacharbeiten wollt, dann savet ihr es als Project. Dann speichert er das hier auf Sensoria und ihr könnt dann diese Version, wie es hier jetzt mit den roten Balken ist und so, weiter bearbeiten. Wenn ihr es direkt als Video auswerfen wollt, müsst ihr es hier mit Export Video machen. Da werdet ihr dann nochmal gefragt, als Video ausgeworfen, mit Effekten, alle Frames, okay. Und wie ihr seht, ihr könnt es dann nur als AVI speichern und speichert es euch dann einfach auf die Festplatte, wo ihr es haben wollt. Ich mache es jetzt nicht, weil ich will es ja nicht haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ansonsten guckt gerne mal in meinen Kanal. Ich mache nicht nur Tutorials, ich habe einen Vlog und ich mache auch Comedy und alles Mögliche. Ist für jeden was dabei. Schaut einfach rein, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich wünsche euch was und sage bis dann. Tschüss!